Lege dich in die Rückenentspannungslage. Spüre, wie dein Körper am Boden aufliegt. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Ziehe nun deine Beine zu dir heran und beuge die Knie so weit, dass deine Fußsohlen sich zum Himmel strecken. Lege deine Hände von außen um die Fußsohlen und ziehe deine Oberschenkel noch dichter an dich heran. Deine Knie gleiten seitlich an deinem Oberkörper vorbei, Richtung Boden. Deine Augen sind geschlossen. Das glückliche Baby Ananda Balasana Wenn du noch Blockaden in deiner Hüfte spürst, kannst du auch deine Hände um die Oberschenkel legen oder jeweils einen Gurt um die Fußsohlen und sie damit sanft zu dir heranziehen. Atme tief und genieße die Dehnung im unteren Rücken. Ananda Balasana öffnet die Hüfte, entspannt das Steißbein und dehnt die Lendenwirbelsäule. Auch deine Bauchorgane erhalten eine sanfte Massage. Versuche mit jeder Ausatmung mehr und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Versuche mit jeder Ausatmung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020